Leute, jetzt geht's los! Ed & LeFou, Moderation, Walk-Act, Show. Ed & LeFou als Moderatoren sind nicht nur auffallend frisch, sondern auch typisch Berlin. Frech und direkt. Dieses Moderatoren-Duo ist einsetzbar in Varieté- und Dinnershows, auf Messen oder Firmen-Events, sowie bei Großveranstaltern. Treten Sie ein in die Welt der Walk-Act-Charaktere von Ed & LeFou. Zum Beispiel als Chef de Cuisine, Restaurantkritiker wie in der Palazzo Dinnershow, Engelchen und Teufelchen oder auch als die nonverbalen White-Boys. Wo die White-Boys auftauchen, ist für Aufmerksamkeit gesorgt, ob sie nun Firmenlogos inszenieren oder der Weihnachtszeit Glanzlichter aufsetzen. Schönen guten Tag, wir vertreten hier die Presse. Hallo, ich bin der Eddy. Ja, ja. Also bitte mal Aufstellung nehmen zum Gruppenfoto. Oh ja, Gruppenfoto. Als schräge Pressefotografen machen sie von ihren Gästen lustige Fotos zum Mitnehmen. Als Security sorgen sie auf jeder Veranstaltung mit Sicherheit für viel Unterhaltung. Einmal vegetarisch für sie. Und natürlich auch ganz klassisch als Comedy-Kellner. Auf der Bühne machen Ed & LeFou vor allem eins. Spaß. Unterschiedlich wie Tag und Nacht können sie weder mit noch ohne einander. Da gibt es schon mal Meinungsverschiedenheiten und Verbalattacken. Wollen Sie etwa sagen, dass ich einen Bauch hab? Ich hab keinen Bauch, meine Bähne sind nur zu weit hinten. Oder auch regelrechte Ausraster. Ein absolutes Highlight ist Ed & LeFous preisgekrönter Act, der Slow-Motion-Fight. Doch das ist noch längst nicht alles. Ob ein 5-Minuten-Show-Act oder eine abendfüllende Comedy-Show, ob Messe, Gala oder Walk-Act, alles ist machbar. Probieren Sie es aus! 拍- posição 1 3 5 5 6 7